Ein Auto für alle, die eigentlich gar kein Auto haben wollen. Funktioniert so was? Ja, es funktioniert über 20 Jahre lang und man verkauft fast viereinhalb Millionen Stück. Grund genug, dass wir uns heute mal ein Fiat Panda anschauen. Bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen bei CarRange, eurem Kanal für alles, was euch bewegt. Und deswegen schon mal die Einladung, folgt euch doch, um nicht nur zu sehen, was ein Fiat Panda kann, sondern auch alle anderen Autos. Wenn ihr Videos noch früher sehen wollt, dann werdet am besten Mitglied. Dann erfahrt ihr mehr über das Automobil. Und ein sehr wichtiges haben wir heute hier, nämlich ein Fiat Panda der ersten Generation. Das heißt, das hier ist ein 1984er Fiat Panda 34. Fiat Panda 34. Da haben wir schon mal die PS geklärt. Und vor allem, er wurde von 1980 bis 2003 gebaut. Also nicht mehr ganz bis zum bitteren Ende auch für den deutschen Markt, sondern auch für Italien, wobei dieses Auto hier Italien nie gesehen hat. Und dieses und viele andere Fragen beantworten wir jetzt nach und nach. Erst beim Design geht dann zum knuffigen Innenraum, zur Technik fahrende Runde und am Ende gibt es auch einen Score. Und das hier ist so ein Gesicht, das vermisse ich irgendwie auf der Straße. Wenn man so 20 Jahre zurückdenkt, ja, ich weiß, ich war dann noch kleiner, aber da hat man öfter mal einen Fiat Panda oder einen Seat Marbella gesehen. Die sieht man jetzt nicht mehr wirklich. Das hat mit Ross zu tun. Da wären wir auch schon so ein bisschen in Kaufberatung. Aber vor allem vermisse ich das Ganze halt. Das heißt, hier an diesem Grill merkt man ganz deutlich, dass wir einen Vor-Facelift oder einen MK1 haben. Das heißt, die Modelle ab 86 haben dann so einen Plastikgrill bekommen. Der 4x4, den es ab 83 gab, hat auch einen Plastikgrill gekauft. Aber das hier ist das ganz, ganz ursprüngliche Design und vor allem auch so unsymmetrisch. Man ist immer gewohnt, dass eine Firmenbezeichnung in der Mitte steht, aber nicht auf der linken Seite und dann rechts davon entsprechend noch diese Öffnung. Das Ganze an sich ist halt super, super kantig. Und für Kantigkeit steht folgender Name. Giugiaro. Das heißt, alles, was ihr so an kantigen Design-Ikonen, wir blenden jetzt ein, zwei Bilder ein, kennt aus den 80ern, stammt eben aus jener Design-Schmiede. Und was auch ganz spannend ist, wir haben hier so Lüftungsöffnungen. Nein, wir sind nicht in einem Jahr unterwegs, wo das irgendwo Fake ist, aber das ist noch nicht mal für den Motor. Das ist für mich als Mensch, weil der Mensch steht beim Panda im Vordergrund. Das heißt, man hat gesagt, wie kriegen wir auch die Leute motiviert? Die wollen sich ja nicht gar nicht mit einem Auto beschäftigen. Die sind auch in Italien vielleicht irgendwo auf dem Land und müssen einfach mobil sein, haben aber mit dem Auto nichts zu tun. Das heißt, dieses Automobil steht in der großen Ahnenfolge zum Beispiel von so etwas wie einer Ente. Auch eine Ente, ja, ich weiß, andere Hersteller, anderes Land, aber war ja dazu da, Leute mobil zu machen, auch wenn ihnen das Thema Auto eigentlich ganz, ganz woanders vorbeigeht. Das sind auch nur 3,40 Meter Auto, beziehungsweise 3,41 Meter und der ist auch unter 1,50 Meter breit. Das heißt, wenn ich anfange hier das Auto zu umarmen, ja, genau, merkt ihr, ist noch ganz schön was übrig. Und das ist halt der große Clou. Man hat ein kleines Auto, ein leichtes Auto und vor allem ein günstiges, was sich jeder leisten kann. Das heißt, selbst im Jahr 2000, wenn man das so mal in einen Euro umrechnen würde, also ein sehr spätes Mal, der hat in Italien ungefähr 5.000 Euro gekostet. Das heißt, das ist so diese Schwelle zwischen, ah, kaufe ich mir einen Roller oder einen Fiat Panda. Was ein Fiat Panda ist, steht wie gesagt dann nochmal hier hinten, wobei dieses Auto, wir sehen es in einer Technik, in Spanien hergestellt worden ist. Das heißt, darum so die Historie ein bisschen zu kompletieren. Das heißt, Seat kennt jetzt heutzutage jeder als Teil der Volkswagen Gruppe, war aber vorher auch mal mit Fiat liiert. Und deswegen haben Seat und Fiat, hm, die sind auch dynamisch, schreckend ähnlich, halt so ihr Ding gemacht. Und Autos wurden in Spanien als Seat Panda und später Seat Mabea hergestellt. Und der hier ist in Spanien als Fiat vom Band gelaufen. Spannende Geschichte. Wenn man dann einmal hier hinten ist, können wir mal tippen. Da sieht man übrigens auch wieder einen Unterschied. Frühes Modell, Kennzeichen auf der Klappe, nicht bei der Stoßstange. Auch hier hinten, wir haben so einen Spalt zwischen quasi der Stoßstange und dem eigentlichen Karosserieblech schon. Und sehen dann, 270 Liter gehen hier hinten rein. Ich kann das Ganze umlegen, dann werden es über 600 Liter. Und vor allem, ich sehe hier auch schon, dass wir den Stoff haben. Und das ist eine ganz, ja, illustre Kombination. Denn ich habe einerseits das nackte Blech, andererseits diesen hochwertigen Stoff. Was man dann auch sieht, dass es mehrere Verriegelungspositionen zu der Rückbank gibt. Und gefährliche Metallkanten. Und diese mehreren Positionen führen dazu, Tim, wir sehen hier ein Auto mit integrierter Hängematte. Gibt es sowas heute eigentlich noch? Also so als Beispiel beim aktuelleren Panda, gibt es noch verstellbare Rückbanken? Weil ich kannte das, sage ich mal, nicht. Also es gibt auch bei neueren Kleinwagen zum Teil noch diese verstellbaren Rückbänke, aber nicht so. Denn das ist eine Hängematte, die wir uns gleich anschauen. Designkniff übrigens noch. Hier hinten ist es an sich ganz einleuchtend. Ich habe quasi so eine Wischdüse und daneben den Wischer. Und das gleiche hat man auch vorne. Und überall, wo man sowas hat, hat man extra noch diese Ausforderungen im Blech. Und mit diesen schönen Emotionen springen wir jetzt mal rein bis zur Hängematte. Einen klassischen Türgriff habe ich gar nicht, aber ich kann das jetzt einmal drücken. Und dann, ich weiß, viele wollen es hören. So schließt also die Türeinstiegsleiste können wir überspringen, die gibt es nicht. Aber was es gibt, Dinge, die ich mag. Ich mag lackierte Flächen an Türen, auch wenn es eigentlich halt nur eine günstige Option ist. Da ist auch noch einmal Fiat richtig schön mit reingeprägt. Gäbe es natürlich auch mit Seat hier unten. Und dann haben wir ganz viel Stoff. Das heißt, man hat diesen Stoff, den wir in meinem Kofferraum gesehen haben, auch hier vorne in der Türverkleidung. Und das komplette Armaturenbrett. Und auch hier oben im Stoff nochmal ein schönes Fiat-Logo. Also das ist von der Qualität her gar nicht verkehrt. Und das passt natürlich eins zu eins zum Muster, das auch die Sitzer mit dabei haben. Und jetzt fängt es an, ein bisschen merkwürdig zu werden. So eine abwärtige Beschreibung für Autositze ist doch wie so ein Campingstuhl. Der Punkt ist aber, das ist ein Campingstuhl. Das heißt, man kann den hier unten quasi von dieser Befestigung auf der Sitzschiene lösen und den kompletten Sitz rausziehen und mitnehmen und hat dann einen Campingstuhl dabei. Reicht euch nicht an verschiebbaren Dingen? Okay, das hier ist mein Aschenbecher. Aber jetzt bin ich ja nicht Raucher. Vielleicht ist also nur mein Beifahrer Raucher. Und das ist ja total blöd, dass der hier in der Mitte ist, oder Tim? Bisschen. Bisschen, also musst du. So, bitte. Dann ist nur mein Beifahrer Raucher. Oder wenn nur ich als Fahrer, dann soll das ja nicht mein Beifahrer abbekommen und ziehe ich das Ganze rüber zu mir. Also ja, verschiebbare Aschenbecher. Ja, wir haben hier richtige Ausstattungsfeatures. Hier oben diese Lüftung, das ist genau die, die wir von außen das Gegenstück gesehen haben. Das heißt, ich kann einfach nur entscheiden, kommt frische Luft rein, ja oder nein. Und das, was ihr vorne gesehen habt, kommt quasi auch hier schon wieder mir entgegen. Das kann man aber noch besser von vorne sehen und da zeige ich euch das. Wer jetzt hier in der Mitte ein Radio oder ähnliches vermisst, das gibt es, wenn dann auf der linken Seite. Das heißt, in meinem linken Knie habe ich keine Stellmöglichkeiten, aber halt ein Radio. Und mein Kombi-Instrument. Ich habe die Geschwindigkeit, ich habe meinen Tankfüllstand, reicht doch. Dazu habe ich dieses grüne Gittermuster, was das hier wieder aufgreift und das die Ablesbarkeit noch deutlich erschwert. Weil die Gitter sind quasi für die Warnlampen mitgedacht, aber bei Tacho und Co. macht es das eigentlich nur schwieriger und das Ganze verniegert. Aber es ist super übersichtlich, wobei man halt sagen muss, man bewegt sich eigentlich hier immer im unteren Drittel, wenn man irgendwo in der Stadt mit seinem Panther unterwegs ist und fährt wahrscheinlich mehr nach Gefühl. Hinter dem Lenkerd gibt es noch ein paar Hebel. Also alles hier ist schwarz und ja, also Beschriftung ist schwarz auf schwarz, reicht doch aber auch aus, weil man findet sich in seinem Panda halt schnell zurecht. Und dann habe ich hier vorne noch Ausstellfenster, die Normalfenster, in dem Fall sogar noch mit einem Schiebe- bzw. ein Hubdach mit einem kleinen Sonnenrollo mit an Bord. Und halt überall diese lackierten Flächen in diesem Elfenbein-Senegal-Ton, also die Farbe heißt wirklich so. Dazu gibt es dann auch noch ein Schattwort, der nicht weiter beschriftet, ein Fiat Panda fahren musst du einfach können und musst damit zurechtkommen. Wenn du nicht damit zurechtkommst, dann hilft natürlich eine Bedienungsanleitung. Und das ist an sich ganz sympathisch, weil wir haben hier eine Bedienungsanleitung. Und jetzt das Beste ist, der Fiat Panda 34 fehlt da gerne mal. Hier ist ein für den 34er die Daten. Jetzt überlegt euch, ist aber ziemlich langweilig, lies es doch jetzt nicht so. Tim, lies bitte mal diesen oberen Satz. Was? Durch Kolo, angetriebene Nockenwollo im Kurbel-Go-Häuse. Also das steht da wirklich. Da steckt Liebe drin. Ja. Also ihr merkt, das ist alles ein bisschen besonders. Und was ja viele, wir machen ja richtig langweilige Autotests an der Stelle. Abonniert nochmal und werdet mit dir, damit ihr noch früher die langweiligen Autotests seht. Andere würden jetzt driften mit einem Panda, indem sie ihn hinten aufs Skateboard stellen. Und ihr würdet fragen, wie schnell fährt er dann im Rückwärtsgang? Wir müssen das nicht machen, weil auch das wird mir gesagt, im Rückwärtsgang fährt er übrigens 40. Im ersten Gang 38 und im vierten Gang bis zu 129. Interessant haben wir also auch das wieder beantwortet. Wirklich spannend, aber ich habe ja noch eine zweite Anleitung. Das ist keine Anleitung, sondern das sind Ratschläge und Hinweise zur Bedienung ihres Wagens. Und damit würde ich sagen, steigen wir mal nach hinten. Das heißt, ich sitze jetzt so, wie ich bequem fange. Ich würde vielleicht die Lehne versuchen, ein bisschen auch... Kann ich die überhaupt einstellen? Ich glaube nämlich fast nicht. Naja, aber ich würde auf jeden Fall so in der Art fahren. Und, boah, liegend wie in einem Ferrari hier übrigens der Türöffner. Mensch, Mensch, Mensch. Dann gehen wir einmal nach hinten. Das funktioniert eigentlich ganz simpel. Ich habe hier so einen Haken, wie bei einem Klemmbrett. Da klappt das einmal hoch. So. Für mich geht es nach hinten. Vorne, vorne, der sitzt relativ straff, hinten ein bisschen weicher das Ganze. Und dann habe ich hier meine Hinweise für die gute Fahrt. Warum brauche ich die? Das heißt, erst mal interessant, dass das alles so familienmäßig abgebildet ist. Und dann kann man dann nämlich ein paar Seiten weiter blättern. Und dann gibt es eben diese hintere Sitzbank und die Einstellung. Also auch sehr schöne Grafiken, die wir an der Stelle haben. Das Wichtige ist aber, ich muss es euch nämlich zeigen, weil das ist die schon angesprochene Hängemattenfunktion. Das heißt, ich kann die Rückbank hinten so einhängen, dass sie wie eine Hängematte ist, um Kinder darauf schlafen zu lassen. Wir sind halt in einer Zeit unterwegs, da hat man sie wahrscheinlich auch während der Fahrt einfach auf der Hängematte schlafen lassen. Sicherheit liebt diesen Trick. Und reicht euch das nicht? Wisst ihr, wie Kinder entstehen? Ja, es gibt eine Schlaffunktion im Fiat Panda. Das heißt, wir sind bei einem 3,41 Meter Auto mit einer Schlaffunktion. Wir haben halt grundsätzlich hier diese verschiedenen Rastpositionen. Dann gibt es hier vorne noch diesen Haken und hier. Das heißt, das Ganze ist eine Hängematte, die du einfach in verschiedenen Höhen einhängen kannst. Und darauf wird hinten gesessen. Ja, genau. Vorne gibt es einen schönen Dreipunktgurt, hinten nicht. In dem Fall hat noch zusätzliche Lautsprecher, aber die sind natürlich nicht immer mit dabei gewesen. Im Gegensatz zum Stoff, der gehört mit dazu. Aber Kopffreiheit ist eigentlich ganz okay. Und jetzt, ich bin halt mal so wagemutig. Das, also, na gut, es ist eng. Ja, es ist eng, aber man würde es sich schlimmer vorstellen in so einem Fiat Panda. Und ich würde sagen, ich befreie mich jetzt hier. Und nachdem wir ja schon die Kurbelwolle mit dem angetrobenen Gehose gesehen haben, schauen wir mal, was für ein Gehose wir da vorne finden. Dann öffnen wir doch mal unser kleines Häubchen. Das heißt, an ganz gewohnter Stelle gibt es hier eine Entriegelung. Es ist interessant, wenn man so aus der Ecke drauf schaut, sieht man sogar, dass da, wo jetzt das Radio ist, noch ein Aufkleber. Und zwar doch saisonbedingt uns um den Luftfilter zu kümmern. So, und dann muss ich mich hier mal eine Sekunde... Mensch, hätte ich doch nur besser aufgepasst vorhin. Ach, einfach reindrücken. Mensch. So, dann ist das Spannendste hier eigentlich, wenn man sich so mit dem Auto eine Sekunde beschäftigt, dass wir hier einen Sticker haben, Fiat Auto SPA, alles klar. Und dann Made in Spain. Das heißt, der ist wirklich bei Seat in Spanien gemacht worden und dann in Deutschland erst ausgeliefert. Also ein Fiat, der nie in Italien war. Als nächstes stellt auf, ja, dieses Gitter oben von der Motorhaube. Und dann sehen wir halt hier, dass wir eine Airbox haben. Hier wird die Luft also gesammelt. Und vor allem haben wir hier so einen kleinen Seilzug. Das heißt, wenn ich von innen Luftzufuhr steuere, mache ich im Endeffekt nur diese eine Klappe auf und zu, die euch Tim jetzt hoffentlich sehr, sehr genau im Detail gezeigt hat. Und dann haben wir die Kleinwagen-Standard-Kost. Das heißt, es gibt Fiat Panda als 30, als 34, als 40 auf dem spanischen Markt. Als 45 gab es ihn noch. Dann gab es ab 86 die sogenannten Feier-Motoren. Aber das ist alles diese italienische Kleinwagen-Kunst, was Motoren angeht, die von den 60er und bis in die 2000er eigentlich immer sehr ähnlich geblieben ist, weil sie halt auch einfach funktionieren. Das heißt, wir haben hier den Kühler auf der Position. Wie ich dann eben aber gelernt habe, gibt es dann bei den anderen Motoren, ist er auch auf der anderen Seite. Und dann kannst du einfach dieses Blech umdrehen, das Logo umdrehen. Zack, fertig, neue Front. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Das Reserverad liegt hier wohl gemacht einfach so. Das heißt, es wird gehalten durch Schwerkraft und die Enge des Raums. Reicht ja auch eigentlich völlig aus. Apropos reicht ja auch aus. Leistung. Wir haben also 34 PS, wie schon angesprochen, 58,7 Newtonmeter, die wir zur Verfügung haben, für ein Auto, was 700 Kilo wiegt. Ja, dann je nachdem, wie man glaubt, 125 oder wie eben gelesen, 129 kmh wird man schnell. 0,100 schafft man also und der Verbrauch liegt wohl so um die 6 Liter, hängt aber natürlich sehr von der Nutzung ab. Das heißt, er hatte damals das günstigstmögliche Fahrzeug, sowohl in der Anschaffung als auch im Unterhalt. Weil technisch haben die Autos gar nicht so die großen Probleme, am ehesten halt Rost. Das hat aber auch wieder mit der Nutzung zu tun. Wenn ich mir jetzt einen Maserati kaufe, dann stelle ich den in die Garage und kümmere mich gut um den. Wenn ich mir einen Panda kaufe, stelle ich ihn in die Ecke und hoffe, dass er morgen noch da ist. Andererseits bin ich mir sicher, dass er noch da ist, weil wer sollte schon den Panda mitnehmen, wenn man auch einen Maserati mitnehmen kann. Und deswegen vor allem Türkanten, Schweller und Co. Also alles, was Rosten kann oder alles, was Metall ist, kann rosten. Und dementsprechend sollte man mal danach schauen. Das ist so technisch das Wichtigste. Sonst sehe ich von hier, Massekabel soll hier und da bei den Autos Probleme machen, Benzimpumpen sollen hier und da mal Probleme machen. Und Ölwannen, die bei dem aber jetzt auch schon getauscht worden ist. Aber ich sage mal so, das sind Kleinigkeiten an sich. Das Auto fährt und fährt und fährt und erfreut einfach mit der Einfachheit der Dinge hier. Aber das ist ja viel zu simpel. Da muss es doch auch was Komplexeres geben. Richtig, es gibt auch Fiat Pandas zum Beispiel mit Automatik, ein Panda Selector. Und jetzt ist es wieder wirklich interessant mit Firmen. Das heißt, es gibt die Firma DAF. Die haben nämlich schon 1959 war es, glaube ich, mit einem CVT-Getriebe angefangen. Dieses CVT-Getriebe in weiterentwickelter Form ist dann im Panda gelandet, wurde aber dann zu der Zeit wiederum von Fuji Heavy Industries hergestellt. Tim, wer oder was ist Fuji Heavy Industries? Ah, klingt wie ein Handy, ein Hersteller Sony. Subaru ist Fuji Heavy Industries. Das heißt, Subaru hat ein DAF-Getriebe hergestellt, um es in einem Fiat Panda einzubauen. Also solche Geschichten gibt es. Am bekanntesten wohl ist aber dann der Fiat Panda als 4x4. Das heißt, es gibt diese Allrad-Variante, die überall hinkommt. Weil du hast ein Auto mit Allrad, keinem Gewicht und dir ist alles egal. Also kommst du auch überall hin. Den gab es ab 83 und ist der teuerst gehandeltste Panda, ja. Ist vermutlich aber vergleichbar mit dem nicht Cross-Polo, doch Cross-Polo, oder? Ne, das würde ich nicht mehr dafür. Also ein Cross-Polo zum Beispiel, der ist ein bisschen hochgesetzt, hat ein bisschen diese Schwelle. Den gab es aus meiner Sicht nicht mal mit Allrad und der hat viele Renten auch sehr gut angesprochen. Vor allem in dem Orange, welches du jetzt einblenden wirst. Aber beim Fiat Panda damals ging es einfach darum, dass ich nicht nur den Bauer auf der Ebene habe, sondern halt auch am Hang. Und wenn er zu seinen Ziegen will, dann ist er da hochgefahren. Und dem war alles scheißegal, auf gut Deutsch. Und er hat es halt geschafft. Und das ist ein interessantes Thema damals gewesen, aber recht teuer. Es gibt auch eine Million Sondermodelle. Da ist die Liste wirklich zu lang, um uns damit zu beschäftigen. Ich würde aber eher sagen, wir fahren jetzt mal damit bei 34 PS auf 700 Kilo. Das lädt uns doch ein, wir haben mal richtig zu schauen, was geht. Und wie gesagt, der Rückwärtsgang schafft 40. Das müssen wir also nicht testen. Los geht's. Man könnte sagen, fahr doch nicht so schnell, wir wollen dich verstehen. Wir fahren 60. Und wie würdest du das Windgeräusch beschreiben? Abenteuerlich. Also es ist sehr windig. Okay, mein Fenster ist nicht ganz zu. Ich gebe es ja zu. Okay, das macht es nicht wirklich besser. So, warte mal. So, jetzt könnte man denken, es war Schiebedarf, aber es ist die Frontscheibe. Oh ja. Tatsächlich. Guck mal, was auch wieder hoch. Naja, machen wir dann gleich wieder richtig hoch. Also, Windgeräusche von der Frontscheibe, man sieht aber auch die Position vom Wischer, ist richtig extrem. Und das hat, wie gesagt, bei 60. Also, man merkt im ersten Moment schon, es ist ein etwas Einfacheres. Automobil. Auch daran, dass wir zum Beispiel diese vier unbestifteten Gänge haben. Der Punkt ist aber, in dem Moment, wo ich jetzt hier das Ortsschild passiere, und es ein bisschen leiser im Gegenraum wird, ist der Panda in seinem Element. Das heißt, ich habe einen kleinen Wendekreis und das Ding ist halt zackig. Das heißt, wenn ich hier mal lenke, es fühlt sich sehr dynamisch an. Ich habe aber auch sehr viel Bodymotion hier mit drin und vor allem diese tote Mitte. Also, hier sieht man so ein bisschen. Also, Achtung, wir biegen hier mal ab. Was dann aber das ehemste Problem ist, ich habe jetzt hier zum Beispiel Kupplung getreten und gebremst gleichzeitig. Und ich habe jetzt heute minimal breitere Schuhe als sonst dann. Aber das musst du dir mal kurz, also, ich gehe mal kurz bewusst von der Bremse, von der Kupplung. So, also, du siehst da unten diese drei Pedale. So, und dann hier unten ist der Radlauf quasi. So, das heißt, wenn jetzt hier mein Fuß kommt und die Kupplung tritt, siehst du, wie hier jetzt schon das Bein anders muss, um nicht das Gas bei der Bremse zu erwischen. Also, das heißt, größte Herausforderung wahrscheinlich beim Panda-Fahren, wie nah die Pedale zusammenliegen. So, ich würde sagen, wir fahren hier mal kurz einen Kreis um diese Säulen rum. Oder da vorne. Also, so eine normale Fläche, ja. So, und jetzt lenke ich einmal. Das ist halt praktisch. Und noch dazu habe ich halt diese gigantischen Flächen überall aus Glas. Das heißt, Übersicht, Wendigkeit, innerorts unterwegs sein, ist einfach die Stärke davon. Und ich lasse bewusst jetzt alle durch, damit wir gleich ein bisschen freie Fahrt für den Panda haben. Dank dieser Scheiben merken wir aber auch, dass sich das Auto sehr schnell aufheizt. Also, ich weiß nicht, ob es schon bei dir so ein bisschen ankommt, Tim. Aber es ist halt sicher kein super heißer Tag. Aber das Auto generiert eine gewisse Wärme. Ich habe diese großen Glasflächen. Also, es ist warm und es ist laut und es ist verhältnismäßig hart. Warum? Was wir eben bei der Technik nicht hatten, sind die Modelle bis 86, haben hinten auch, ja, nicht nur eine starke, sondern auch Plattfeder. Und die kann man auch ganz gut sehen. Das spart mir natürlich dieses ganze Dömezeug und so und generiert Platz. Aber ich habe dadurch eine recht harte Hinterachse ab 86 dann mit den Schraubfedern. So, und jetzt sind wir hier am Ortsausgang. Und ich würde sagen, wir geben uns mal die 2 und ein bisschen Drehzahl. Also, hört mal gut zu. Oh, das Windgeräusch. Und komm, 100, 100, 100. Ah, hier ist die 70er-Zone, gleich wieder anbremsen. Puh. Also, es ist halt eher gemütlich. Und vor allem das Windgeräusche ab einer gewissen Geschwindigkeit, das ist das Problem. Dann habe ich diese Sitze, die ja auf den ersten 5 Minuten bequem sind, aber auf Dauer einfach nur Rückenschmerzen machen. Also, wir haben ja ein richtiges Stadt- und Überland-Bauernauto, würde ich es mal nennen. Und das jetzt ohne das Ganze negativ zu betrachten, aber das ist halt nicht für den, der Technikverliebte ist, für den, der gerne in der S-Klasse irgendwie ist. Sondern du bist unterwegs, du kommst von A nach B. Es ist halt zufällig ein Auto, was dich bewegt hat. Aber Fiat hat das Ding nicht umsonst damals als tolle Kiste. So bewusst für die Leute vom Markt, die mit Autos wenig zu tun haben. Ich meine, hinter mir ist eine Hängematte, die man als Rückbank verwendet hat. Aber das in einem Auto halt, das finde ich sehr, sehr interessant. Von daher, oh, Vöttergang Vollgas, damit wir nicht im... Wir stehen immer noch im Weg. Ich würde sagen, wir beeilen uns hier mal. Und reden dann ein bisschen über Preise und Co. Und ja, Lenkung indirekt, Fahrwerk recht hart. Aber für die Stadt ist er super, denn er ist übersichtlich und wendig. Es gibt so Autos, die werden aufgrund von ihrer technischen Innovation gefeiert. Die DS ist zur Göttin geworden wegen Hydro-Pneumatik, Kurvenlicht und Co. Den Fäton finden wir nur interessant, weil er diese zugfreie Klimaanlage hat, bis 300 kmh. Automatisch Dinge wie ein Schiebedach schließt, weil er technische Innovation und Verarbeitung mit dabei hat. Und dann gibt es Autos wie den Panda oder eine Ente. Die werden nicht aufgrund ihrer technischen Eigenschaften gefeiert, sondern weil sie die Menschen abholen, die mit Autos eigentlich nichts zu tun haben. Weil sie ganze Länder mobil machen und das ganz unauffällig, mal eben so im Vorbeigehen. Und das ist die große Besonderheit von einem Panda. Wenn wir uns zum Beispiel das Glas sehen, ich könnte jetzt über dieses geradlinige Design sprechen. Aber nein, es ist eine plane Scheibe, die dir jeder Glaser vor Ort machen kann. Und das bei allen Fenstern rundum. Es sind diese einfachen Presse, die den Preis niedrig halten. Es ist nicht, dass das Getriebe zum Beispiel super präzise ist. Es ist einfach. Es ist nutzbar für jeden. Und das ist der große Erfolg von Panda. Fast viereinhalb Millionen verkaufte Stück und 23 Jahre Bauzeit. Das alleine hat einen kleinen Applaus verdient. Aber bei Car Ranger muss man sich natürlich auch dem Score stellen. Für die Anschaffung kriegt das Ganze sieben Punkte. Ich habe eben zum Spaß mal geguckt nach Pandas auf mobile.de zwischen 1980 bis 1986. Da gibt es tatsächlich sieben im Angebot. Und die Preise sind auch okay für einen zukünftigen Klassiker. Wir reden noch nicht von diesem, oh der ist aber süß, 50.000 Euro Auto. Sondern wenn du fünf hast, kannst du losziehen und hast wahrscheinlich sogar noch Geld für ein paar Ersatzteile übrig. Das ist gut. Und auch ein paar Ersatzteile. Für den Unterhalt gibt es nochmal sieben. Weil viereinhalb Millionen gebaute Stück bedeutet, ich kriege Teile für das Auto. So, außer ich habe jetzt halt irgendeinen bestimmten Stoff in oder ein bestimmtes Plastikteil, so dieses kleine. Aber die Autos auf der Straße halten. Das klappt und macht mich froh. Und leichtes Auto, kleiner Motor bedeutet in dem Fall auch wenig Verbrauch. Tja, kleines Auto bedeutet meistens auch wenig Platz. Aber hey, wir haben hier sogar eine Hängematte mit drin. Und ich kann die Rückbank umlegen und ähnliches. Deswegen kriegt der ganze fünf Punkte für das Platzangebot. Ganz schön groß, der kleine. Beim Thema Komfort gibt es dann drei Punkte. Federung ist eigentlich ganz okay. Man merkt, die Vorderachse ist deutlich moderner als die Hinterachse. Das Thema ist aber, er ist laut. Er ist viel, viel, viel zu laut. Beim Wiederverkauf steht dann wieder sieben. Der Panda ist jetzt noch nicht dieser begehrte Klassiker. Aber Geld vernichten kannst du nicht wirklich. Und ich glaube, dass diese kleinen Autos, die früher ganz häufig anzutreffen waren, immer mehr im Prinzip teilzunehmen. Und von daher, keine schlechte Idee. Macht auf jeden Fall 29 für den Kopf. Kommen wir zum Thema Herz. Und das Design, muss ich sagen. Typische Jaro. Eckig, kantig, zeitlos. Diesen Panda erkennt jeder wieder. Und es ist halt einfach die tolle Kiste. Und das kann man ja, selbst im Marketing hat man das gesagt. Es ist also nicht mal eine Beleidigung. Kriegt also ganze acht Punkte dafür. Beim Fahrspaß kriegt er drei. Weil es ist emotional, aber es ist nicht schnell. Und es ist auch nicht für Spaß gedacht. Ankommen stand hier immer im Vordergrund. Bei der Ausstellung gibt es zwei. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Das reicht im weitesten schon. Es gibt dann halt Zubehör. Sowas wie ein Schiebedach, ein Hubdach besser gesagt. In dem Fall kriegt er noch einen Zusatzpunkt von mir. Einfach dafür, dass er eine Hängematte mit an Bord hat. Beim Thema Klang gibt es dann vier, weil das ist ehrlich. Aber schön ist es nicht. Oder Tim, wie würdest du den Klang bezeichnen? Ehrlich, ja. Und was verbindest du an Emotionen jetzt? Du hast jetzt die letzten zwei Stunden mit dem Auto verbracht. Das ist der Ur-Panda. Aber freust du dich, so ein Auto zu sehen? Oder ist es dir egal? Nö, also ich finde es schön. Ich finde aber auch einen Renault 5 fändisch schön auf der Straße zu sehen. Siehst du aber nicht mehr. Erstaunlich, wie ähnlich auch die Farbe sind. Siehst du nicht mehr fahren. Deswegen kriegt er vom Image ganze acht Punkte, weil er halt dieses positiv besetzte hat. Und wie gesagt, mein Hauptthema ist, Menschen abholen, die gar nicht abgeholt werden wollen. Das ist quasi wie ein iPhone. Niemand wusste, dass man es braucht und dann wollten es alle haben und so ist auch ein Panda. Niemand wusste, dass du überhaupt ein Auto brauchst, aber auf einmal hast du eins. Gibt auf jeden Fall nochmal 25 Punkte und macht in Summe dann 54 Punkte für den 84er Panda 34. Welch abgekordertes Spiel. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Deswegen abonniert, bleibt dran. Und wenn ihr so stilvoll unterwegs sein wollt, wie ein Car Ranger, dann geht einfach in unseren Job. In der nächsten Folge haben wir wahrscheinlich wieder viel, viel mehr Leistung. Euch bis dahin nochmal gute Fahrt und ciao.